Um zu verstehen, wo wir, oder besser alles Leben, aus biologischer Sicht herkommt, betrachten Biologen es als eine einzige große chemische Reaktion. Denn das Leben endet, wenn der Metabolismus, die Gesamtheit chemischer Reaktionen eines Lebewesens, zum Erliegen kommt. Haben wir aber Nachkommen, setzt sich unser Metabolismus in ihnen fort. Alle chemischen Reaktionen, die jetzt gerade in deinem Körper stattfinden, sind deshalb Teil einer Kettenreaktion, die unsere gesamte Ahnenreihe zurückgeht, also in grauer Vorzeit begonnen haben muss. Und wie begann diese Kettenreaktion? Prof. Bill Martins Antwort unter den richtigen Bedingungen ganz von allein. Wir erfahren mehr über seine Hypothese und die Forschungsarbeit dahinter und warum Leben selbst auf fremden Monden entstehen könnte. Ich kann versprechen, das ist nicht nur für Chemie-Nerds spannend. Willkommen zu Expedition in die Forschung. Wir erzählen euch gemeinsam mit den Forschenden von aktuellen Forschungsergebnissen und was dahinter steckt. Bei mir ist mein Co-Moderator Bart Götten. Hallo. Und ich bin Dennis Eckmeier. Wir haben beide gemeinsam Biologie studiert und in Neurobiologie promoviert. Bart ist Postdoc an der Uni Göttingen und ich bin Wissenschaftskommunikator. Ich bin übrigens nicht mehr lange Postdoc an der Uni Göttingen. Ich habe einen Ruf nach Neuseeland an die Universität auf Otago bekommen in Daniden. Cool, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Neuseeland. Ja, ich bin kein Freund von großen Familienfesten und dachte dann, der wahre Grund war, dass die Forschungsumgebung in Daniden einfach wirklich gut ist. Die anderen Forscher haben ganz interessante Themen und die Tierwelt ist halt auch nochmal wirklich anders und spannend. Auf meiner Seite hat sich beim Podcast machen auch was geändert. Ich habe tatsächlich einen Werbepartner gefunden, der uns schon an diesem frühen Stadium quasi unterstützen möchte. Haben wir jetzt auch einen Werbe-Jingle? Ich sollte einen Werbe-Jingle machen, ne? Ja, so ein... Werbung. Okay, den nehmen wir jetzt. Also... Werbung. Falls du einen Podcast oder Videos produzierst, fragst du dich vielleicht, wie wir störungsfreie Remote-Aufnahmen hinbekommen, selbst wenn, wie neulich, der Gast auf einem entlegenen Atoll im Westindischen Ozean sitzt. Oder in Neuseeland, schätze ich dann. Früher habe ich mit Skype aufgenommen. Videokonferenzprogramme regeln aber die Qualität runter, um bei schwankender Verbindung den Stream aufrecht zu erhalten. So entstehen die Störungen, die wir alle kennen. Das kann man vermeiden, indem man den Gast vor Ort aufnimmt. Zum Glück gibt es dafür Lösungen, die genauso einfach funktionieren wie Videokonferenzprogramme. Während wir im Live-Videogespräch sind, nimmt die Software uns jeweils lokal auf und verschickt die Daten dann an meinen Cloud Space. Es gibt dafür verschiedene Anbieter. Wir benutzen Zencaster, um Audio und Video von bis zu sechs Gästen in hoher Qualität aufzunehmen. In den Shownotes findest du einen Link zu Zencaster mit 30% Rabatt für den Profiplan und wir bekommen eine bescheidene Provision. Probier's aus und lass mich wissen, wie's klappt. Es gibt Fragen, die zu stellen uns vorkommen, als gäbe es nichts Natürlicheres in der Welt. Die Frage nach unserem Ursprung und dem Ursprung des Lebens ist sicherlich eine davon. Überall auf der Welt gibt es Mythen darüber. Bill Martin, Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, beschäftigt sich seit langem mit der Frage nach den Ursprüngen und hat dazu seinen eigenen vielversprechenden Forschungsansatz gefunden. Er nähert sich dem Ursprung von zwei Richtungen. Zunächst kommt die Frage, wann das Leben entstanden sein kann und welche Umweltbedingungen zu der Zeit herrschten. Die Annahme, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Erde kein Leben gab, führt Bill Martin auf die frühe Erdgeschichte zurück. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren kollidierte die Erde mit einem zweiten Planeten. Durch diese Kollision entstand unser Mond. Selbst wenn es zu der Zeit Leben auf der Erde gegeben hätte, wäre es an dem Zeitpunkt ausgelöscht worden. Denn die Erde verwandelte sich durch die Energie des Aufpralls in einen großen Magmaball, der jeglichen Kohlenstoff zu CO2 verbrannte und jegliches Wasser gasförmig machte. Über die nächsten 200 Millionen Jahre oder so kühlte sich die Erde langsam ab, bis das Wasser flüssig wurde und abregnen konnte. Es bildeten sich tiefe Ozeane und darüber eine Atmosphäre aus CO2. Vor rund 4,3 Milliarden Jahren hatten wir also das erste Mal Bedingungen auf der Erde, die Leben vielleicht ermöglichen könnten. Die ältesten gefundenen Anzeichen für Leben sind laut Bill Martin etwa 3,8 Milliarden Jahre alt. The earliest evidence we have for life is not fossils, it's isotopes. Isotopic evidence, biological carbon is always too light. There's C12 and C13. C13 is a stable isotope of carbon. It's not newly formed. It's always been there. And it just turns out that living cells prefer to incorporate C12 over C13. That means that if you find carbon in samples that is too light, it's probably a biological origin, right? And so that kind of carbon trace, isotope trace for the evidence of life, goes back into rocks that are 3,8, 3,9 billion years old. Das Leben muss also zwischen 3,8 und 4,3 Milliarden Jahre alt sein. Das ist eigentlich ein ziemlich schmales Zeitfenster, wenn man mal darüber nachdenkt. Die zweite Annahme ist, dass das Leben einen einzigen Ursprung hatte. This was Lamarck's discovery that the organisms are related to one another in a process that involves change of species. Okay. That's an interesting concept. Okay. So that the, you've got intermediate states where one changes into another. Okay. The mechanism was maybe not quite as good as Darwin's, but the basic commutability of species, that concept was down there. That means, aha, suddenly we've got this whole field of intellectual inference where we can try to invent intermediate states. Wenn wir diese Erkenntnisse in der Geschichte zurückdenken, müssen wir praktisch einen Organismus annehmen, der der letzte gemeinsame Vorfahre aller Lebewesen gewesen ist. Auf Englisch, the last universal common ancestor oder Luca. Was wissen wir über Luca? Die typische Annahme in der Evolutionsbiologie ist, dass der letzte gemeinsame Vorfahre die Eigenschaften hatte, die allen seinen Nachkommen gemein sind. Also zum Beispiel würde man sagen, der Mensch hat an jeder Hand fünf Finger, der Gorilla hat an jeder Hand fünf Finger. Also hatte der letzte gemeinsame Vorfahre von Mensch und Gorilla an jeder Hand fünf Finger. Je weiter die Organismen im Stammbaum des Lebens voneinander entfernt sind, desto weniger haben sie gemein. Was bleibt denn übrig, wenn wir alle Lebewesen, die wir kennen, vergleichen? If something is present in all forms of life that we know, it was also present in their common ancestor. So therefore we can say Luca had the genetic code, it had ribosomes, it was also able to transduce energy somehow, but the ways in which cells transduce energy are not so well conserved in Luca. All we can say is that it had a very interesting protein that was able to harness ion gradients and turn those into ATP. Luca hatte also ein Erbgut, Ribosomen, das sind Proteine, mit denen die Zelle mehr Protein herstellen kann, und ein bestimmtes Protein, das ATP herstellen kann. ATP ist so eine Art universeller Energieträger in der Zelle, mit dem die chemischen Reaktionen angetrieben werden. In Zellen mit einem Zellkern wird ATP übrigens in den Mitochondrien gemacht, den Kraftwerken der Zelle. Darüber hinaus wird das Bild undeutlich. Das heißt, bei allen anderen Bestandteilen der Zelle hat die Evolution seitdem Veränderungen zugelassen. Wie können wir das Bild vervollständigen? Die Anwesenheit von DNA, Ribosomen und dem ATP erzeugenden Protein sagt uns schon einmal, dass Luca Energie bereitstellen konnte und damit Ribosomen arbeiten können, muss es Aminosäuren und RNA geben. Insgesamt braucht eine lebende Zelle 20 bestimmte Aminosäuren, die 5 Nukleinbasen, aus denen RNA und DNA bestehen, und 18 sogenannte Co-Faktoren, das sind Helfermoleküle für bestimmte Reaktionen. Woher kommen die? Die Frage haben sich Bill Martin und seine Arbeitsgruppe und KooperationspartnerInnen gestellt. Dabei ging seine Karriere anfangs in eine ganz andere Richtung. Nach der Schule arbeitete er zunächst als Schreiner. Dann entschied er sich 1978 zu seinem Studium. Das A&M in Texas A&M University steht dabei für Agriculture and Mechanics. Die Uni ist rund 100 Kilometer Land einwärts von Houston, das an der Golfküste von Texas liegt. I went to Texas A&M with the goal of owning my own nursery. A nursery is a place where you buy and sell plants. So I went to Texas A&M to study plant biology. And little did I know, if you want to have a nursery, you don't study plant biology, you study business. So I was studying the wrong thing to begin with. But I had some very good teachers at Texas A&M and one of them was an outstanding chemistry teacher, James Shapiro. I will never forget him. And the other was an outstanding microbiology teacher. His name was Willard Tabor and I will never forget him either. Von Professor Tabor lernte Bill Martin die Grundprinzipien wissenschaftlichen Arbeitens. Vor allem aber brachte er ihn auf den Weg in sein Forschungsgebiet. Dieser Weg ist gekennzeichnet von der Frage nach dem Ursprung der Zellen, an denen er gerade forschte. Es begann mit einem Interesse für die frühe Evolution von Pflanzenzellen. This was 1978, when endosymbiotic theory was just beginning to make its way into college curriculum. And he said, there are some people believe that chloroplasts, the photosynthetic organelles of higher plants, used to be free-living cyanobacteria that entered into a symbiotic relationship with their host cell. Die Endosymbionten-Theorie war zu der Zeit, als Bill Martin Student war, noch relativ neu. Sie besagt, dass die Chloroplasten, die in Pflanzenzellen Photosynthese betreiben, ursprünglich eigenständige Blauelgen waren, die sich irgendwann zum gegenseitigen Vorteil in einer anderen Zelle wohnlich eingerichtet haben. Höhere Pflanzen entstanden also aus einer Verschmelzung zweier Lebewesen. Was treibt denn einen Studenten aus Texas in den frühen 1980ern nach Deutschland? Ja, why Germany? My mother's maiden name was Lechleitner. Her family came from Germany, and they were actually German farmers in the Ohio Valley. And I had three years of German in high school, and so we call it Germanophilic background. And so when I decided to take up my studies, I said, well, this sounds interesting. Let's do, let's go resume biology, but let's do it in a different country. So that in addition to the biology curriculum, you also learn a different language. Er studierte also in Hannover, und dort lernte er Professor Rüdiger Zerf kennen, der einen großen Einfluss auf ihn haben sollte. He was also very, very interested in molecular biology, very, very interested in the evolution of chloroplasts, and very, very well versed in a Kenton's theory, the philosophy of science, how we know things, and what we know and what we don't know. So Rüdiger had a project to work on a very interesting aspect of the endosymbiotic origin of plastids. Plastiden sind Teile einer Pflanzenzelle, die ursprünglich ein eigenes Lebewesen waren, wie ja auch die eben genannten Chloroplasten. Rüdiger Zerf und Bill Morton erforschten, wie Gene von den Plastiden in das Erbgut der Wirtszelle übergingen. Nach dem Diplom in Biologie trat er eine Promotionsstelle an. At the Max Planck Institute in Cologne, with Heinz Seidler. And Heinz also had huge influence on me. And he said, never do what everybody else is doing in your scientific research. He said, there are two reasons for that. If you're doing what everybody else is doing, then you're competing with high-powered institutes around the world to see who can be the first to do the obvious experiment. That's not good, because it puts pressure on everybody, and then you get their papers coming across your desk, and you get their grants coming across your desk, and then you have to pretend that you don't know this and that. It just becomes very complicated. So it's much better to do something that nobody else is doing. You just have to make sure that it is genuinely interesting, something that we really want to know as scientists and also as society. The other reason is that when it comes to doing the obvious, you don't need to do it. You'll be able to read about it, because somebody else will do it. So do something that the other people are not going to be doing. In the overall big picture of things, that will increase our knowledge as a society and as science more rapidly. And also keep everybody happy. Neben seiner Doktorarbeit bei Heinz Seidler in Köln, machte Bill Martin weiterhin Projekte mit Rüdiger Zerf. In dieser Zeit wechselte der an die Universität Braunschweig, wo Bill Martin nach seiner Promotion wieder zu ihm stieß, um weiter an den Ursprüngen von Plastiden zu forschen. Bei der Erforschung der Ursprünge von Mitochondrien konzentrierte er sich auf eine ganz spezielle Sorte, Hydrogenosomen. Weil Hydrogenosomen ohne Sauerstoff auskommen, kommen sie natürlich in den Mikroben vor, die da leben, wo es keinen Sauerstoff gibt. Das ist besonders interessant, weil es zur Zeit der Entstehung des Lebens keinen freien Sauerstoff auf der Erde gab. Aller Sauerstoff war in CO2, Wasser und in anderen Stoffen gebunden. Diese Mitochondrien heißen Hydrogenosomen, weil sie H2, also molekularen Wasserstoff, herstellen. 1998 formulierten Bill Martin und Miklos Müller die sogenannte Wasserstoffhypothese über den Ursprung der Eukaryoten. Eukaryoten sind Zellen mit einem von der Membran umschlossenen Zellkern. Bekannt aus Blockbustern der Evolution wie den Pilzen, Pflanzen und Tieren. Wir gehören also auch dazu. Heutzutage fungieren Mitochondrien als Kraftwerke der Zellen. Deshalb nahmen frühere Hypothesen über die Evolution von Mitochondrien an, dass der Symbiont vor der Verschmelzung Energie im Überschuss in ATP speicherte und an die Umwelt abgegeben habe, während der Wirt nicht genug davon hatte, sagt Bill Martin. Das macht aber biologisch keinen Sinn. Bill Martin und Miklos Müller vermuteten deshalb, dass das ATP am Anfang noch keine Rolle spielte. Das kam erst später. Eine Symbiose machte einfach mehr Sinn, wenn ein Abfallprodukt des Symbionten für den Wirt von Nutzen gewesen ist. Sie schlugen darum vor, dass die ersten Mitochondrien Bakterien waren, die Wasserstoff als Abfallprodukt herstellten. Der Wirt wäre ein sogenanntes Arche-Bakterium gewesen, das Wasserstoff atmet wie wir Sauerstoff. Mit dem Mitochondrium-Vorfahren an Bord konnte so ein Arche-Bakterium dann Gebiete besiedeln, in denen sonst kein Wasserstoff existiert. So wie wir eine Sauerstoffflasche zum Tauchen mitnehmen. Nur krasser. Sie führen noch ein paar weitere Gründe an, die würden den Rahmen dieser Folge aber sprengen. Und wieder ging Bill Martin noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit. Seit den frühen 1980er Jahren erforschte Bill Martin mit seinen jeweiligen Mentoren die frühe Evolution von eukaryotischen Zellen. Also Zellen, die einen Zellkern besitzen. Aber auch Plastide und Mitochondrien. 1998 formulierte er gemeinsam mit Miklos Müller die Wasserstoffhypothese, einen Erklärungsversuch für die Entstehung der eukaryotischen Zelle. Die Idee, wasserstoffherstellende Bakterien wurden als Symbionten von Anaeroben Archaea als Wirtszellen aufgenommen, die deren Abfallprodukt Wasserstoff, Kohlendioxid und Acetat zum Überleben gut gebrauchen konnten. Im Gegenzug musste die Wirtszelle den Symbionten nur mit organischen Verbindungen füttern. Im folgenden Jahr 1999 wurde Bill Martin als Professor an die Universität in Büsseldorf berufen. Dort forscht er gemeinsam mit seinen MitarbeiterInnen und KooperationspartnerInnen nach dem Ursprung der ersten Mikroorganismen. Die These bis hierhin, eukaryotische Zellen entstanden durch die Vereinigung von bestimmten Bakterien und Archaea. Und dabei spielte molekularer Wasserstoff eine zentrale Rolle. Das bedeutet, dass molekularer Wasserstoff auch für den gemeinsamen Vorfahren von Archaea und Bakterien, Luca, wichtig gewesen sein muss. Und das bringt uns wieder zurück in die Zeit vor 3,8 bis 4,2 Milliarden Jahren, als die Erde frisch abgekühlt und von Ozean bedeckt ist. Irgendwo hier befindet sich Luca. Ohne dass Wasserstoff frei zur Verfügung steht, hätte es das von wasserstoffabhängige Archaea die spätere Wirtszelle ja gar nicht geben können. Wir haben ja die Hypothese, dass eukaryotische Zellen aus wasserstoffproduzierenden Bakterien und wasserstoffatmenden Archaea entstanden sind. Eine wichtige Frage über den Ursprung dieser Archaea ist also, gibt es in diesem Ur-Ozean überhaupt molekularen Wasserstoff? Hydrothermalquellen sind heiße Quellen am Meeresgrund. Da ist Magma, das bekanntlich sehr heiß ist, relativ nah an der Erdoberfläche. Durch Risse im Gestein sickert Meerwasser tief in den Boden. So kommen also das Meerwasser und alles was darin gelöst ist in engen Kontakt mit den Mineralien im Boden und beides wird dann ordentlich erhitzt. Es kommt zu einer Reihe chemischer Reaktionen, darunter die Serpentinisierung, die Wasserstoff produziert. Es gibt da aber auch CO2, Schwefelwasserstoff und so einige andere nützliche Verbindungen. Hydrothermalquellen sind also deshalb heiße Kandidaten für den Ursprung des Lebens, rund 70 bis 90 Grad Celsius, um genau zu sein, weil dort eben jede Menge nützliches Zeug entsteht, das Leben ganz ohne Photosynthese und Sauerstoff ermöglicht. Dazu kommt, dass man an Hydrothermalquellen, wasserstoffproduzierende Bakterien und wasserstoffatmende Archaea in enger Nachbarschaft findet, die ja laut Wasserstoffhypothese zusammen den Ursprung der Eukaryoten bilden könnten. Und man kann sich natürlich leicht vorstellen, dass es im frühen Urozean viele Hydrothermalquellen gegeben haben könnte, weil die Erde ja kurz vorher noch ein Magmaball gewesen war. Könnten die ersten Lebewesen also aus den Hydrothermalquellen hervorgegangen sein? Die Frage nach dem Übergang von einer Unbelebten in eine Belebte Welt ist ziemlich knifflig. Sie ist nämlich ein ganz schöner Sprung. Am Anfang hat man einen Schluck Meerwasser und im nächsten Schritt eine vollständige Zelle, die bereits einen funktionierenden Metabolismus hat. Also einen vergleichsweise hohen Grad an Komplexität. Wie soll dieser Sprung vonstatten gegangen sein? Daran forschte Bill Martin zusammen mit der Chemikerin Dr. Martina Preiner während ihrer Doktorarbeit. Die Idee war, dass ja die chemischen Reaktionen, die dem komplexen Metabolismus der Zelle zugrunde liegen, stattgefunden haben müssen, bevor sich darum herum der Zellmetabolismus entwickeln konnte. Look, you don't have to be a rocket scientist to know that you can't have proteins without the amino acids. You can't have nucleic acids without the individual base building blocks. You have to have the building blocks first. I don't care how you approach this problem. You can have some discussion about what chemistry gave rise to those basic building blocks. Die Idee, dass die Reaktionen, die heute dem Metabolismus aller Lebewesen zugrunde liegen, bereits abliefen, bevor sich darum herum das Leben entwickelte, konnte Martina Preiner mit einem Laborversuch stützen. Die Ausgangsstoffe für die Pyruvat-Synthese, Wasserstoff und CO2 finden wir ja in Hydrothermalquellen. Könnte diese Reaktion dort also ganz von alleine einfach passieren? Martina Preiner steckte Wasser, Wasserstoff und Kohlendioxid in einen Reaktor, in dem 100 Grad Celsius herrschten. What Martina was able to show is that if you take hydrogen and CO2 and as gas, put them in a reactor where you have a little glass bottle and some water in it, overnight nothing happens. Kenne ich, das funktioniert also wohl nicht. Ja, wart ab. If you put a mineral from hydrothermal vents in there, awo-ru-ite, then the next morning it's not that nothing has happened, rather the hydrogen and CO2 have been converted to very high concentrations of formate, very high concentrations of acetate and almost physiological concentrations of a compound pyruvate. The backbone of carbon and energy metabolism in microbes unfolds in front of your eyes, right? Just using this one mineral. Das fand ich total krass. Dieses Avaroid-Mineral ermöglicht die Reaktion von Wasserstoff und CO2 zu Pyruvat und anderen organischen Verbindungen außerhalb einer lebenden Zelle. Martina Preiner und Bill Morton haben also im Labor Bedingungen nachgebaut, wie sie in Hydrothermalquellen vorzufinden sind und stellten fest, eine ganz zentrale chemische Reaktion des Lebens, die in lebenden Zellen mit großem Aufwand in Gang gehalten wird, funktioniert hier ganz von allein. Das wäre natürlich eine äußerst günstige Bedingung für die Entstehung des Lebens. Die Herstellung von Pyruvat ist also in den getesteten Bedingungen exotherm. Das heißt, sie gibt Energie ab und kann deshalb von alleine ablaufen, ohne dass wir noch eine Energiequelle bräuchten. Pyruvat ist wie erwähnt an vielen anderen Reaktionen einer lebenden Zelle beteiligt. Würden denn diese anderen Reaktionen prinzipiell auch in Hydrothermalquellen von selbst ablaufen? Bill Martin und seine Doktorandin Jessica Wimmer haben diese Frage sogar noch etwas weiter gefasst. Wie viele Reaktionen muss der Metabolismus von Luca gehabt haben und laufen auch diese in Hydrothermalquellen von alleine ab? Wisst ihr noch, welche Moleküle Luca unbedingt hergestellt haben muss? Es waren 20 verschiedene Aminosäuren, aus denen Proteine bestehen, die 5 Nukleinbasen, aus denen RNA und DNA besteht, und 18 sogenannte Kofaktoren, die wir ebenfalls in allen Lebewesen finden. Die erste Frage ist nun? Wie viele Reaktionen brauchen wir, um all diese Komponenten zu machen, aus den Dingen, die die frühere Erde in gutem Supply hatten? Das waren Carbon dioxide, Ammonie, H2S, Hydrogen disulfide, Phosphate und Molekülhydrogen, H2. Um die Frage zu beantworten, stellte Jessica Wimmer eine Liste von Reaktionen zusammen, die in ihrer Gesamtheit aus den vorhandenen Chemikalien die erwünschten Moleküle herstellen würden. In einer wissenschaftlichen Datenbank fand sie alle bekannten Reaktionswege und machte einige Annahmen. Zum Beispiel sollten die Reaktionen anaerob sein, also unter Sauerstoffausschluss funktionieren. Außerdem sollte natürlich die Pyruvatreaktion enthalten sein, auch die anderen Reaktionen, die die Arkea und Bakterien gemein haben. So baute sie Stück für Stück ein Netzwerk aus Reaktionen zusammen, das sie Autotrophic Core Network nennt. Wie viele Reaktionen sind das? Auch interessant, wenn man sich anschaut, welche Enzyme in Arkea und Bakterien an den Reaktionen beteiligt sind, dann sind das nicht unbedingt dieselben. Diese Feststellung ist wichtig für Bill Martins Idee, dass die Reaktionen, die den Kern des Metabolismus allen Lebens ausmachen, älter sind als die Enzyme der ersten Lebewesen. These 400 chemical reactions are very strictly conserved across all cells, okay? It's the same chemistry going on in all forms of life. The enzymes that catalyze these reactions are very different in different groups. There's been a lot of evolution that's gone on in the origin of the enzymes themselves, independent origins, addition of oxygen-dependent reactions, and stuff that did not exist at the origin of life, okay? Because there was no oxygen on the early earth. Oxygen comes from cyanobacteria and photosynthesis, that came two billion years later at the origins. It's all anaeroic. There's been a lot of variation in the enzymes, okay? But the chemical reactions are conserved. Die chemischen Reaktionen sind also dieselben in allen Lebewesen. Unterschiedliche Lebewesen haben unterschiedliche Wege gefunden, diese Reaktionen am Laufen zu halten. Die nächste Frage, können all diese Reaktionen in hydrothermal Quellen von allein ablaufen, wie die Pyruvatsynthese, oder brauchen sie irgendeine zusätzliche Energiequelle? Do reactants in a reaction of A plus B gives you C plus D, does the reaction go forward or not? What do you mean by go forward? Go forward means that A and B react to become C and D. That happens all the time in every reaction in metabolism. All the words that I'm speaking, the breaths that I'm taking, they are all the result of energy that's being conserved in my mitochondria. The food and the reserves, the fats, amino acids, and sugars that we eat with our food reacts with oxygen in the atmosphere in our mitochondria to generate ATP to give us energy. Those are chemical reactions going on all the time. They have to go forward. So the question is, do the basic reactions of metabolism, these 400 reactions, do they have a natural tendency to go forward or not? Okay, will they go by themselves or do we have to postulate some additional magical form of energy that might have helped push them forward? Okay, and there have been a lot of discussions. There's a lot of literature about the sources of energy at origins. People love to discuss the possibility of ultraviolet light, or they like to talk about bolide impacts and the meteorite impact as it releases a lot of energy, or continents crushing together, generating energy, sunlight, or highly reactive phosphorus minerals called phosphides are also, but they're extremely dangerous and highly reactive. They almost explode. So the question is, do we need additional sources of energy? Or if we use the starting compounds that cells use, hydrogen, CO2, ammonia, hydrogen sulfide, and phosphate, will those reactions go forward? And the answer is, it depends on the conditions. Okay, so if you take very acid conditions, about half of them go forward. If you take conditions that are extremely hot, about half of them go forward. Um also herauszufinden, unter welchen Bedingungen die 400 Reaktionen außerhalb einer lebenden Zelle ablaufen könnten, schaute sich Jessica Wimmer die Thermodynamik der Reaktionen genauer an. She did great work, PhD student, just fantastic work on this. She did this in a very, actually very short period of time once we knew exactly what we were after. There are programs that will help you estimate the change in free energy for a given reaction. That is, is there, you can calculate whether a reaction will tend to go forward or not by putting the reaction into a program. And then it looks at the, uh, chemical properties of the chemicals on the, on the starting side, the, the, uh, reactants. And then it looks at the chemical properties of the products and then says, okay, is the, is there a release of energy? Is the reaction likely to go forward or not? Under the conditions of hydrogen producing hydrothermal vents, 97% of these 400 reactions release energy. They have a natural tendency to go forward. There is a natural, thermodynamic tendency of the reactions of core metabolism to unfold under the conditions of hydrogen producing hydrothermal vents. That's interesting. That was surprising. Fast alle diese Reaktionen, die Jessica Wimmer in ihrem Core Autotrophic Network zusammengestellt hatte, könnten prinzipiell unter Bedingungen von Selbst ablaufen, wie sie in wasserstoffproduzierenden hydrothermalquellen zu finden sind. Martina Preiner und Delfina Pereira, die ebenfalls in Bill Martins Labor arbeitet, wiesen dann noch für eine zweite unverzichtbare Reaktion nach, dass sie in ihrem Reaktor im Labor in solchen Bedingungen von selbst ablief. Basierend auf diesen Ergebnissen ergibt sich Bill Martins derzeitige Hypothese vom Beginn des Lebens. If you ask me, there is a thermodynamic imprint of metabolic origin preserved in the core chemistry of all cells. That's interesting. And we can see it by asking the right question. We didn't know this before. And it doesn't just come out and, you know, tell you, oh, I'm here, come find me. You have to go look at it with the right tools. You have to investigate it and do something that nobody else has done before. What's also interesting is that the chemical reactions, we said they're conserved. They're just as conserved as the code. The code is 64 codons, ribosomes, tRNAs, mRNAs, interacting, translation, 20 amino acids. These 400 reactions are just as conserved. The enzymes that catalyzed them have undergone a great deal of change in many different lineages. But if you go back to the common ancestor of animals and fungi, that organism had to make all. So these losses are always late. And the deeper you go in the evolution of life, the more densely conserved these reactions are. Noch ist das Bild nicht komplett. Aber die Gruppe forscht weiter. Dabei spielt auch ihr Kooperationspartner Dr. Harun Tussüs vom Max-Plank-Institut für Kohlenforschung in Mülheim eine wichtige Rolle. Er stellt die Katalysatoren für ihre Experimente her, also zum Beispiel das Avaroid. Thanks to Harun at the Max-Plank in Mülheim, we've got these outstanding catalysts. And we're trying to continue this research with the help of additional funding that we'll be applying for here soon to keep going on this. Because everything that we've touched with these catalysts that he's making is working. It's incredible. You can't publish the results fast enough. It's just, it's really amazing. And we're just starting with hydrogen and CO2. Of course, the next big step is to get amino acids. Bill Martin hat eine tolle Hypothese zur Entstehung des Lebens, die unter den Bedingungen in hydrothermalen Quellen möglicherweise aufgeht. Und so stellt er sich den Hergang vor. Die Reaktionen fanden nicht einfach in freiem Wasser statt, wo die beteiligten Moleküle einfach davon treiben konnten, sondern in den Poren des Gesteins. Die Wände der Hohlräume enthalten Avaroid und andere Katalysatoren, die die 400 Reaktionen beschleunigen, die alle für das Leben notwendigen Moleküle produzieren. Bill Martins Team und KooperationspartnerInnen, aber auch von ihnen unabhängige Forscher in ihrem Fachgebiet arbeiten weiterhin daran, in Experimenten die Bedingungen zu finden, unter denen die Reaktionen des Metabolismus von selbst ablaufen. Selbst wenn diese Nachweise funktionieren – Bill Martin macht einen sehr optimistischen Eindruck – bleiben natürlich noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, wie entstand das komplexe Erbgut? Oder wie entstanden die ersten Enzyme, die die chemischen Reaktionen ohne Avaroid möglich machten? Das sind alles Fragen, für die es noch keinen befriedigenden Erklärungsversuch gibt. Aber was diese Forschung zeigt, ist, dass das Leben unter Bedingungen entstehen und überleben kann, die ganz anders sind, als viele Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen sich das bisher vorgestellt hatten. Und das hat Implikationen für die Suche nach Leben außerhalb der Erde. Die Goldilocks Zone oder Habitable Zone ist ein Gebiet innerhalb eines Sonnensystems, wo der Abstand eines Planeten von seiner Sonne flüssiges Wasser auf der Oberfläche erlaubt. Flüssiges Wasser ist eine Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen. In unserem System ist die Venus am heißen inneren Rand der Habitablen Zone und Mars am kalten äußeren Rand. Und die Erde sitzt schön in der Mitte. Aber wenn wir uns andere Himmelskörper anschauen, stellen wir fest, flüssiges Wasser gibt es auch außerhalb der Habitablen Zone. Enceladus ist ein Ball aus gefrorenem Wasser und vermutlich einem Kern aus Felsgestein. Er umkreist Saturn mit hoher Geschwindigkeit. Dabei lösen die Gravitationskräfte von Saturn und seinen anderen Monden Bewegungen in Enceladus aus, die seinen Kern aufheizen. Es gibt also vermutlich ein Ozean aus flüssigem Wasser zwischen dem felsigen Kern und der Außenhülle aus gefrorenem Wasser. Flüssiges Wasser auf heißem Stein, das haben wir doch schon einmal gehört heute. Und Wasserstoff ist ja laut seiner Hypothese der Treibstoff, der die Entstehung von Leben auf der Erde angetrieben haben könnte. Könnten wir also Leben finden, das sich auf Enceladus entwickelt hat? Die Cassini-Mission fand eine Reihe von Molekülen in dem Wasser, das Enceladus ausspuckt, die wir schon in dieser Folge erwähnt haben. Neben Wasserstoff gibt es da Ammoniak, CO2 und Methan. Das weist alles auf die Existenz von Hydrothermalquellen hin. 2021 machte eine Studie die Runde, die sogar zu dem Schluss kam, dass das Verhältnis von Wasserstoff zu Methan auf einen biologischen Ursprung hindeuten könnte. Da ist Bill Martin aber skeptisch. Do we think that there's life on Enceladus? I don't think so. But if we send a probe up there, we better be very certain that it does not have any microbes, any methanogens or acetogens on it, because if they get into that water, they will find exactly what they need to grow. And within a week or a month or a year, that moon will be inhabited by microbes that we brought there. That's a real problem, right? And it's almost impossible. You cannot, the microbes are so small, you cannot get rid of the last one. It's almost impossible. Die Kontamination von außerirdischen Himmelskörpern zu verhindern, ist eine Aufgabe, an der die Weltraumforschung tatsächlich auch arbeitet. Wir wollen schließlich nicht irgendwann auf außerirdisches Leben stoßen, nur um dann herauszufinden, dass wir es selbst dort hingebracht haben. Das Leben auf der Erde hat sich in den fast 4 Milliarden Jahren so weit entwickelt, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, jemals exakt zu wissen, wie es entstanden ist. Als Menschheit können wir nur die Spuren auswerten, die noch übrig sind. Dieser Aufgabe haben sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschrieben. Die Hypothese, dass Hydro-Thermalquellen der Ursprung sind, ist eine von mehreren, an denen gearbeitet wird. Für Bill Martin ist sie jedoch die plausibelste. Die These stützt sich auf viel Spezialwissen aus Biologie, Chemie und Geologie. Aber die für mich wichtigste Aussage am Ende ist, dass die Elemente, aus denen das Leben besteht, gar nicht so selten sind und Bedingungen für die Entstehung von Leben möglicherweise an sehr vielen Orten im Universum herrschen könnten. Selbst in unserem Sonnensystem sind Enceladus und die Erde nicht die einzigen Himmelskörper, auf denen Verbindungen gefunden werden, die uns aus dem Metabolismus von irdischen Lebewesen bekannt sind. Leben könnte sich also auf Planeten und Monden entwickeln, die für uns Menschen unwirtlich sind. Weit abseits der Goldilocks Zone. Und das ist eine fantastische Vorstellung. Mich haben vor allen Dingen diese 400 total fasziniert. Also 400 essentielle Reaktionen zu finden und dann rauszufinden, dass die alle dort exotherm ablaufen können, ist schon ein überragendes Ergebnis. Das ist sozusagen wie das kleinstmögliche Leben in so ein Reagenzglas zu bringen und zu sagen, das ist die Wiege allen Lebens auf diesem Planeten. Bedingungen zu finden, wo die ablaufen, ohne eine Zelle drumherum. Das ist, was ich so cool fand eigentlich. Ja. Aber ich finde halt immer, also ich weiß nicht, ich stelle mir halt vor, wie diese 400 Reaktionen in so einer kleinen Pore im Gestein ablaufen. Am Anfang hast du nur diese Reaktion. Und da muss ja irgendwie Evolution passieren, damit zum Beispiel sich so ein Erbgut entwickelt und eine Zellmembran und all das. Da muss ja ein gewisser Druck ausgeübt werden, ein Selektionsdruck, damit dann am Ende so eine kleine Zelle aus dem Gestein rauspoppt. Sehr spekulativ alles hier. Meine Spekulation wäre jetzt eher, dass du das vielleicht gar nicht brauchst, sondern dass du nur einmal zu so einem selbstverstärkenden Reaktionsmuster kommen musst, das sich immer wieder selbst bedingt. Also nur wie so ein Zirkelschluss. Ja, aber so bekommst du ja keine Enzyme, sondern so bekommst du nur die Reaktion, die nie aufhört. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und dann muss dabei irgendwie ein Abfallprodukt entstehen, was zusätzlich diese Situation verstärkt. Und in der Evolution, würde ich sagen, kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie du optimierst. Du optimierst ja nicht. Du machst ja nur Möglichkeiten und die Natur sagt dir dann, okay, das hat funktioniert oder nicht. Nein, das, was ich meine, ist, der Prozess der Evolution ist ein reiner Optimierungsprozess. Also aber im mathematischen Sinne. Nicht, dass da etwas Optimales herauskommt, sondern einfach nur durch Trial und Error wird einfach stetig weiter verbessert. Und solange du einen durchgehend ablaufenden Prozess hast, der sozusagen so Zirkelschluss macht, bekommst du erst die zeitliche Kontinuität, um Trial und Error zu machen. Und ich glaube, an dem Punkt ist Bill Martins Forschung. Ja. Diesen Punkt aufzusetzen, an dem du zeitliche Kontinuität durch den immer wieder ablaufenden, den gleichen Prozess von 400 Reaktionen hast. und dann kann erst Evolution wirklich starten. Ja, genau. Genau. Das ist halt so der Punkt, den ich halt total krass finde. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses Seminar, was wir vor ungefähr 100 Jahren an der Universität Köln gehört haben, Artificial Life Erinnerst. Das ist höchstens 20 Jahre her, Bart. Ich fürchte nein. Da gab es dieses eine künstliche Leben-Programm, was sozusagen nur aus einem Lesekopf bestand und Genen, was unglaublich schnell diese Optimierungsverfahren durchlief und ganz schnell sozusagen zu eigenen Lebewesen geworden ist, künstlichen Lebewesen, aber dann auch zu Parasiten und Hyperparasiten. Und da war mir zum ersten Mal klar, dass das Einzige, was du brauchst, diese zeitliche Kontinuität ist. Und egal, ob du jetzt Proteine, Reaktionen oder in diesem Fall Bits und Bytes durch so einen Evolutionsprozess steckst, du kommst immer wieder zu ähnlichen Lösungen, weil das einfach die mathematisch optimalen Lösungen sind. Ah. Ja, ich erinnere mich an die Story, aber ich kann mich nicht mehr an dieses Seminar erinnern. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Mich hat die Mathe schon immer ganz doll gepackt und ich kann mich sehr gut an dieses Seminar erinnern. War eigentlich mein Lieblingsseminar. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Prof. Dr. Bill Martin von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf für das Gespräch über seine Arbeit. Leider konnten wir nicht alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Folge unterbringen, die er in unserem Gespräch lobend erwähnt hat. Die an den im Hauptteil beschriebenen Studien beteiligten ForscherInnen arbeiten an dem Institut für molekulare Evolution und dem Institut für Physikalische Chemie der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mühlheim an der Ruhr, dem Department of Functional and Evolutionary Ecology der Universität Wien, dem Bioproduction Research Institute am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Sapporo, Japan, der Universität von Straßburg, Frankreich, der Charité Universitätsmedizin in Berlin und dem National Institute of Advanced Industrial Science and Technology zu Kuba, Japan. Außerdem bedankt sich Bill Martin ganz explizit bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Computer Centers der Heinrich-Heine-Universität, die die anspruchsvolle Computing-Arbeit ermöglichten und bei den MitarbeiterInnen, die die chemischen Analysen der Laborversuche mittels Kernmagnetresonanz Spektroskopie NMR durchführen. Gefördert wird die Forschung hauptsächlich von der DFG und der Europäischen Union, bei der sich Bill Martin für ihre Großzügigkeit bedankt. Wer die Folge gerne als Text lesen möchte, kann das auf unserer Webseite tun. Da gibt es ein Transkript und auf YouTube gibt es Untertitel. Wenn dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und all deinen Freunden und Bekannten von uns zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020